morgen meine kampfkumpelzwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von ihr lieben die letzten tage gab es keine kornhold folge daran ist nur die kalli schuld weil kalli ist ein ganz großer noob und wir müssen mal wieder in die hecke deswegen wir werden uns heute bisschen mehr vorbereiten ich werde beute beute jetzt eine lampe kraften die kalli auch damit sie nicht untergeht und damit sie sich bisschen gewertschätzt fühlt deswegen einfach mal die mädels nicht einfach alleine da rein in die hecke hier in der äußeren kiste bekommt ihr jetzt erst einmal solche leuchten die nehmt ihr mit wenn wir jetzt richtung demnächst hecke gehen ich hoffe ihr habt genug essen vielleicht wenn wir auch in der hecke uns noch eine base bauen eine provisorische mit pakisten und wo oder besser gesagt schlafplätzen ja erstmal müssen wir uns was zu trinken suchen meine lieben genau das meinte ich gar nicht aber schön dass du von mir ist hast du nicht gesagt was denn backen züge einer zunge junge dabe backen 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 willst du runter auf von meinen kopf ich hoffe der fisch fristig was war das der fisch echt was komischerweise was wollte ich gerade sagen ich habe getrunken jetzt wasser drin echt ja man warum ich glaube nur ein schluck ja weil ich da was eingeführt habe aber danke dass es ja ich hatte durch ich hoffe du stirbst klappe ich hoffe du stirbst irgendwo so ich lerne macht ich brauche was zu trinken wenn wir eigentlich schon eine bessere was hakt denn hinter mir die ganze zeit was würden da ärger haben könnten uns aber auch paar wir holen uns erst mal was zu trinken platz da leute ich habe gehört dass die kalli resident evis a village zocken möchte nur für euch wer hat den tito hier ausgelöst guck mal jeser mein gott jetzt rex unter wasser ich dachte ich könnte ich rein schubsen niemals so ich hoffe ihr habt beide eure leuchten dabei ich hoffe wollte ich entspringt das ist sehr schön weil ja ich verdurste wenn man seine flasche nicht aufgefüllt hat meine flasche ist aufgefüllt mit einmal er wollte gesundheit wollte ich im boss auch was zu trinken wo rennst du jetzt hin anscheinend wollte ich den vollkommen falsch richtung und die umgleich nur guck mal bei dich da 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 das läuft los hinterher schnapp es die tiefer ist gar nicht weil das bringt eh nix ja du rüssel idiot ich nenne es immer kann die backen tropfen heute ich ihn tropfen ich könnte jetzt so weg sorgen dann macht doch ein weil ich schon du hast uns schon zwei oder und wo ist das ding erzählen da hier unten du schaffst das aber wo ich habe mich auch doch gerade gesehen wartet mal vielleicht für die ladies damit sie wissen wohin sie dackeln immer sind bestimmt nicht da lang der tropfen ist weg habt ihr pech da ist noch ein tropfen hallo kann es dann ist also ich wissen für die karte wir können auch nicht sein die die nimmt sich alle wassertropfen ja den einen wollte ja keiner der ist jetzt weg na ich war gerade auf der karte du doof nuss ja wer ist auf der karte mein gott wenn man auf euch genies das zu markieren wo wir hin müssen hier ist ein tropfen mein gott jetzt gegen ja hier wer will wer will ihn gegessen ich komme ich habe gegessen ich wollte nicht essen ich bin erst mal voll mit meinen teilen bevor wir wieder in der hecke sind meine lieben werden wir definitiv wieder in der nacht da ankommen natürlich guck mal ganz viele tropfen wer möchte ich nehme auch noch mal ein alles besser ja habe ich getrunken und wir können nur zwei tropfen mitnehmen das nächste mal sollten wir uns das nächste mal sollten wir uns mehrere trinkfleisch noch mal bauen ja ja dann rammelt man wenigstens nicht los und trinken und essen und so was und dann ist wieder ein stinke kacke käfer dass sie sich die karte verändert hat keine ahnung warum keine ahnung auf jeden fall kämpft da gerade ein ich glaube die sind beide doof gut kommt solange die sonne nach oben ist da müssen wir übrigens auch demnächst mal hin sonne nein dahin wo die gerade gekämpft haben da ist ein labor und hier habe ich das gefühl dass die karte bisschen anders ist heute du bist aber schnell das ist die kalle bei beutel du bist aber schnell unterwegs natürlich wir wissen was hier schwimmt und schwimmt doch mal da ist so ein arsch 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 keine müdigkeit vortäuschen ausdauer für poppels weiter warum bin ich so schnell das nehmen wir mal mit lassen wir mal so mädels jetzt gehen wir wieder dahin wo wir waren wo beutelchen runtergeplumpst ist eigentlich bräuchte beute so ein teil wo sie sich auffangen kann kalibel zu kompliziert wie wartete man gewöhnt sich dran aber keine ahnung wo die teile rum hängt eine dicke fette spinni ja wie immer hast du schwein ich wollte gerade ja wir müssen hier um zu hoch also keine müdigkeit vortäuschen mediz und damit kommen da oben ist es ausdauer musst du level jetzt ja du kannst dich auch unter anderem leveln aber das kommt ein bisschen später also ich muss euch da ja langsam so ein bisschen rein fühlen warum ich will hier ausdauer und volleren magen und so einen dreck und wasser gut dann musst du zu tnet gehen und ich da bisschen leveln und unter anderem unter es unter tab status da kannst du dann sehen wir müssen jetzt was anderes machen wo seid ihr denn nehmt mich doch mal mit hallo hier oben haben sie ja ich muss essen warte kurz den dicken fett käfer ja schon besser so in der hoffnung dass wir jetzt ein bisschen mehr sehen ja auf jeden fall sieht man den boden hier also das ist man dann klar das ist wirklich sehr schön dass du den boden jetzt siehst so wollte ich ihn keine müdigkeit vortäuschen und immer schön hinter uns bleiben und vorsichtig jetzt hast du ja eine bessere grafik deswegen kannst du ja alles sehen na wo lang achtung hier kommt bin ich so passt auf hier springt genau wollte ich ihn da springen wo die kalige sprung ist möchte jemals ein edler tropfen ja bestimmt beutel ja geben wir beutelchen auch der ehemal so ich fahr zuerst ich muss erst mal gucken wie das noch mal funktioniert einfach anspringen einfach anspringen und treiben lassen nicht anspringen drücken angucken und drücken ich bin ganz optimistisch bei dem bleib hier steht ich bin ganz optimistisch kalli dass du als das hinbekommst hier nach oben zu kommen ich habe mich in den perfekten augenblick umgedreht als es passiert ist ich habe keine ahnung wo man hochkommt ich muss ich kann ich nicht abholen ich komme hier noch nicht mehr runter du musst bisschen weiter warte mal hoch karte hier 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 musst du hin warte da wo das symbol ist du bist links davon ja schön da müsste an ein baum eine büroklammer dran sein und da kommst du hoch problem ist ich komme nicht zu dir weil ich komme nicht mit denen mit der sei rutsche zurück oder doch ich komme nicht zurück ob dieser schafft heute nein ich habe so eine umhänge teil nicht ich dachte wenigstens ich hätte einen guten spieler hier mit sie kommt aber hoch der namen wandert nämlich ich sehe da schon was drücken oder wat ja angucken und e drücken ich wusste dass du das schaffst ich bin so stolz auf dich so können wir jetzt weiter bevor es dunkel ist ich habe so gut ab jetzt hier eine feder mehr gute anzeige glaubt den flug schaffe ich nicht noch mal runter so dann immer schön vorsichtig ne immer mal da lang was war was ist das bein gemacht wollte ich in nicht noch mal dass mich mal kurz wir kommen hier nicht lang da drüben müssen wir hin irgendwie alter hat es ist doch nur eine frucht da braucht man was über die alles und da hast du fein gemacht wollte ich ihn ja hast du schön geboten oh gott spring nicht so hoch hier sicherheit kommt rein ich glaube ich speichere hier erstmal definitiv ja mein manuel speicher könnt ihr auch einsammeln der kreis der kreis der kreis wer war denn der looter king bräutchen war ja mir klar Ja, er hat nichts geklappt. Ich will auch die Nacht hier drin bleiben, so. Oh, Beutelchen, das nimmst du? Ah, haha, viel Spaß. Was war das? Nimm, dann gehst du unter Tab, also in dein Inventar, nimmst diese Polle und packst das auf Zubehör. Du kannst dich mit irgendeiner Tastatur, wenn du runterfällst, noch retten. Die müsste dir Kalli aber sagen, weil... Ja, irgendwas mit Schnellrenntaste und linker Maustaste oder es aktiviert sich von selbst oder... Ich habe keine Ahnung. Und wieso? Das ist schon klar. Was für Wasser? Da war Wasser. Alter. Also entweder mit Leertaste oder STRG. Da steht L.Shift. Also mit der linken Schiffttaste da, wo du rennst. Oh! Mach die Tür zu! Die greifen an! Wer ist die Hummeln? Ja, wenn sie zickig sind. Das ist eine Hummel, das ist eine Biene. Sabine! Ich erwarte! Hello Mr. B! If I follow you... Sabine! Sum Sum! Komm rein, hier! Mach die Tür zu! Backen, ey! Ich rette dich dann nicht! Ah, ich habe den Weg gefunden. Wieso geht es denn jetzt weiter? Ich speichert habe ich schon. Was ist mit Spinnenfäden einsammeln, wenn die hier schon easy hängen? Hab ich was eingesammelt? Oh! Ah, 6! Geil! Geht doch! Aber das letzte Mal habe ich die ganze Zeit draufgeschlagen, habe nichts bekommen. Geht doch! So! Tschüss! Beide, tschüss! Bitte nicht springen! Mach Gebäudeplatz! Ist schon wieder jemand Metze geklaut? Was nicht? So! Wartet, mein Bruder! Super Grody! Es ist nur ein Spiel, Willow! Und sie sagen, wir grubben so alt! Stich nicht so selbstständig, Beutel, mein Gott! Dann ist die Brille groß! Guck doch was! Ja, hier sind ein paar kleine Spinis. Ach sch... ich glaube ich brauche deine hilfe dann jetzt hier hinten wo ich dir sehr viele spinnys cute ging ja einfach jetzt dachte ich will meine meine feide einsammeln da klaut sie einfach meine feile ist es weggerollt hast du fein gemacht wollte ich bin so stolz so was ja das gespinne so ihr könnt schon eure leuchten rausholen das ist da hier dort und so ich denn noch die teile gehen sehr schnell kaputt da ist die fackeln ja aber ich kann noch einige machen das hier ein spinnhaus ich würde sagen ja ich gehe weg wo bist du das ist ein spinnteil ich bin hier hochgegangen da oben und habe das leuchte ding da eingesammelt punkte und so ein scheiß ich bin stolz auf dich ich glaube nicht gar nicht dass die spinnenhöhle das ist sehr verdingst du weißt schon ich speichere meine runde weil wir sind ja mittlerweile so weit gekommen definitiv nur spinnendingsbums gar nicht rein gehen das ist noch weh kommt gleich alter wie habe ich das gemacht was ja ich bin gesprungen und hatte meinen dicksbums rausgefahren mein wedel dicksbums mein fliegeteil und jetzt habe ich gar nichts mehr ach du heiliger ja der endboss ich würde nicht hier lang gehen jetzt dahinten irgendwas da kommt mal kurz hier hier mit z war das also meine leuchte habe ich noch nicht benutzt weil sie haben ja doch alles und du bist dann wieder die diejenige die denn da hängt und hat die ganzen fackeln im inventar und zurück werden sie uns ist da was was hier sieht das noch nichts aus irgendwie nie ne hier kann man ein boss hier bei rufen Nein, Beutelchen, du kannst da nichts machen. Der braucht Mutterspinn-Snack. Alles klar. Gut. Hier können wir noch nichts machen. Wollen wir auch gar nicht. Gut, den Boss. Müssen wir hier bei rufen. Interessant, interessant. Ihr könnt übrigens eure Helligkeit im Spiel höher stellen, wenn es euch zu dunkel ist, Mädels. Einstellungen. Anzeigen. Hör. Habe ich schon, dass ich es fein gemacht wollte. Weil bei mir ist es auch leicht mächtig, deswegen sehe ich auch so ein bisschen mehr im Dunkeln. Jetzt kann man hier wie bei Arx ein Spinnenboss herbei... Oh. Bitte fight nicht runter. Gut, weiter geht's. Jetzt brauche ich mal kurz Licht. Wollte ich ihn als Licht fungiert. Wie die Kali... Oh. Oh ja, Kali, hol mal. Hol, 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 hol. Fein dich runter. Weil ich schon, du bleibst schön bei mir. Nicht, dass du schon wieder runter plumpst. So, wir kommen langsam in die Nähe des Labors. Oh, da unten liegt was. Au. Beutelchen, kommt an. Alle beide kommen an und machen erstmal hier, äh... Ha! Das genommen. Schön, wir sind immer da. Boa, sollte ich speichern? Eigentlich ja, ne? Ah, ich kann nicht so oft speichern. Warum nicht? Keine Ahnung, wieso. Gemein. Nein. Nein, Beutel, nein. Hör auf, darauf zu gucken. Ey, was für Pazierst du denn? Ja, bis es denn doch geht kaputt geht. Oh, das ist ja nicht so, wie wichtig das Werk ist. Aber in the end, all was not lost. As fate would have it, our little trip to Storm and Beaches Wave Park has given me fresh inspiration. Ich bin ja nicht dagegen gekommen, lieber hierher. Sonst macht man auch den Sack auf und es kommen noch fünf weitere. Jiiiih! Oh, ass! Ja! Baskin in the light of the cruel sun that baked them like red red raisins. But I digress. It was the zip line that captured my imagination, such an elegant solution to my problems in the hedge. eigentlich müsstest du ja nicht haben heute nur eine leuchte alle kann gar nicht sein die dinger verbrauchen sich sehr schnell eine habe ich noch das ist halt zurück ins labor gehen ja warte bis tag und so so eine kann ich noch geben und so hast du ich habe mein ja heute ich nicht verbrauch ich habe keine meine letzte ich kann im dunkeln leben habe im jahr zu beutelchen kann ich ja nur im dunkeln halbwegs was sehen gut meine lieben aber ich würde sagen ich werde hier ein kleines folgenpäuschen machen bedanke mich fürs zusehen und bis zur nächsten folge wo wir ins labor eindringen werden und beutelchen wahrscheinlich irgendwann runterfallen wird die leuchte aus Absolut bis dann schau don blah 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 show